Es klingelt ein Handy, es klingelt ein Handy, es klingelt ein Handy, was du nicht gesagt hast, dass sie das Handy auszuschalten haben, oder was? Nein, nicht bitte. Danke. Was schauen Sie mich denn da an? Das ist es nicht. Also mein Pfeil. Was ist denn? Ach, mein Liebling. Nein, ich bin allein. Was? Als du die letzten vier Wochen weg warst? Nein, das war wirklich nichts. Na ja, ein paar Mal im Theater. Nein, wenige Plätze. Ja gut, das eine Mal in der Lose. Aber warum weißt du das denn? Wer hat dir das gesagt? Natürlich war ich damit ein Mann. Also sollte ich vielleicht mit meiner Terapeute ins Theater gehen? Nein, das war harmlos. Vollkommen harmlos. Also ich mach doch hier nicht auf Canova oder in der Mafia oder was da drauf. Korsika mache. Ja, Sizilien. Ja gut, mein Liebling ist Sizilien. Ja, jedenfalls war das völlig harmlos. Ja, aber das war ich gedacht. Das würde ich doch nicht machen. Als Menschen mit einem anderen Mann ins Theater gehen, dann geh ich doch nicht mit einem, den du kennst. Nein, du kennst den Mann nicht. Ja, wer kenn ich mich? Ja, dann sei doch froh, dass du dich so viele kennst. Bist du doch berühmt? Ich weiß, ich werde Menge Jungs, was nicht heißt, dass ich mit denen umsache will. Ich gehe gerne aus, komm dann später, aber alleine raus mit Wind. Das war kein Flirt, wenn dich schon in deine Umarm und stört. Er ruft rein, trifft da bei mir an. Ich finde das sehr aufmerksam. Ja, da war doch nichts. Da war doch nichts. Ja, da war doch nichts. Da war doch nichts. Da war, da war, da war, da war echt nichts. Weißt du was? Gestern treff ich'n Laus. Stell dir vor, das alte Haus. Den Antrag hatte mir gemacht. Oh mein Gott, haben wir gedacht. Und, er ist ein alter Freund. Er sagt, dass er ständig von mir träumt. Wir sprachen über Kokanie und sexuelle Fantasie. Aber da war doch nichts. Ja, bitte glaube mir. Da war doch nichts. Ich schwör's dir. Da war doch nichts. Vertrau' auf mich. Ich liebe doch nur dich, 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 dich. Da war echt nichts süß. Seid ihr gewiss? Ja, du hast das Recht. Nicht süß. Das heißt, wagen mit Fragen, dass ich dich überfäll'n. Uh-uh-uh-uh-uh, mein Stutzelbein. Uh-uh-uh-uh-uh, ich lieb' dich doch so sehr. Uh-uh-uh-uh, mein Güterich. Ich liebe doch nur dich, 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 dich. Sie merken schon, ich habe ziemlich viel um die Ohren, die Männer. Naja, das war heute aber auch alles ein bisschen hektisch. Also irgendwie bin ich noch gar nicht ganz da.